ein bisschen mehr der mensch so wirst du denn die items hier in den shops und so scheiße oder in den anfangs level geht es eventuell noch sonst nicht nee du findest ja relativ schnell neue sachen du steigst ja auch schnell herstellen bisschen herstellen wirst du oder was ja kräft mir so aber brauchst du nicht so muss ich hin benutzt den wegpunkten neuen tristan den garten der geradezu was der hier wo ich hier drauf stehe klickst du an und dann herr biemen ist diablo schon mehr als ein jahr oder oder zwei jahre ein jahr letzten märz oder oder vorletzten märz hier sind wir das war an dem zwanzigsten weiß ich noch als das released wurde zwanzigsten märz ich glaube ja letztes jahr ich kann den skill gedrückt halten geil oh mein gott dieses jahr dieses jahr moment jetzt ist man auf jeden fall als wir dings waren der netz ist ja gibt es auch manchmal so bücher oder erfahrungen ja sind in solchen alternen drin das ist ja das ist ja hier 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 mit shift kannst du auch stehen bleiben und dann schießen mit shift lockst du ja dann bewegst du dich nicht durch die gegenden ist eventuell hilfreicher als fein kämpfer geht natürlich auch als mini aber kennt den weg ne wir kennen den weg nicht nie ach ja dies war anders aber es ist ja relativ linear das spiel also wirklich verlaufen ist nicht da sind alter mit einem xp buch nur 120 so wenig verflucht durch meinen 1 anfang schon 120 bekommen exis dicker dicker oder wir auch mal ein fahrer braunvollkirchen ja die sonnhalter der spiel war mal richtig überpowered ich weiß es nicht mehr deswegen heißt auch meine dämonenjäger folgen darf noch nicht also ich habe ein ich habe ein dämon hunter sogar nach dem skill benannt der pvp vor hart ja melis wurden ziemlich gebraucht recht die sind jetzt ganz angenehm zu ich bin ja ja wir sind wieder zurück ganz nach oben 4 4 4 damit führe ich alle mit 6 ja nur euch da am groß da bringt schon was aber mit hier der habe immer laufen lassen ja die geben richtig viel zeit nur die halten verhältnismäßig viel aus später und wenn du zu langsam bist sie nicht tot kriegst dann teleportieren sie sich weg und dann hast du ihn verloren einmal im verlorenen da kriegt man schon gute sachen jetzt geht es nur die legends legends trailer er ist dieser penner ich muss den skelettkönig vernichten er will auch den skelettkönig vernichten den den wir auch vernichten wollen der skelettkönig ist dann der erste boss der wieder beliebt wurde oh mein gott gesteckt wo bist du und mich hier weg das ist kein weg das will ich sehen das will ich ich glaube du bist irgendwie in der kante drin hast du ein spell womit du dich bewegen kannst nein ja dann geh aus dem spiel und komm wieder rein ach ja stimmt drück t genau und dann klick eines unserer flaggen an die rot ist meine klick einfach dann an dann wirst du direkt zu uns geportet jetzt zurück rote flagge darauf auslegst bringt das schon was ja oder du holst ihn noch einen gesockelten helm und tust du so einen roten stein drehen sollte ich vielleicht auch mal machen oder zwei rote und gelb und rot schwarz relativ egal kannst du mit g werfen jederzeit zurück alter verkaufen und ich richtig mehr millionen gesammelt ich hatte auch schon millionen ja im auktionshaus kann man das halt schnell verdienen du glück hast hast du ein item und dann ist es eine millionen mehr zu kämpfen da habe ich schon alles ausgeben 12 millionen insgesamt ach das wird ja noch angezeigt wo steht 4,4 war ja da sind portal müssen dahin oder geht hier weiter ist ein missgebot das portal ist einfach nur zurück zur base zu kommen vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen anfangen mit dem gold sammeln mal sammeln mal sammeln alter bist du team oder was ja das ist aber ist irgendwie nicht so stylisch wie der rest das ist so ist ein blase war ist echt schon langweilig diesen boss der dunkle zirkel ist jetzt meine bruderschaft kommen die mächte denen ich diene werden bald diese welt beherrschen bitte vergeben wir mal jetzt jetzt kälte den jetzt kann man nicht mal das denn jetzt macht er hier die treppe frei der king oder was den kannst du als wenn du alleine spielst kannst du den als söldner mitnehmen dann hast du halt so einen typen dennoch mit dem mann leveln dem kannst du auch items geben und leveln oder der levelt halt mit dem mit dann gibt es noch gibt es zwei andere werden zwei schurken und eine magierin ein fiech alter nee ich habe nicht genug mana was irgendwo dicke sie noch brauche ich nicht aber schon bald guck mal wie der rente die spaß die in welchen gekackt hier geht es weiter zu den königlichen kippen wir sind nicht bei dir ich bin durchgegangen wollt ihr das noch alles erkunden wollte nicht weiter das falsche weg wo ich jetzt bin ja nach oben links geht es weiter ja wenn du einmal rumrennen willst meinetwegen dann komme ich mit ich komme gleich boop woop ok